Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Wir sehen hier gerade das aktuelle Team der Woche. Ja, weil heute gibt es wieder ein bisschen Trading. Ich muss aber sagen, mir gefällt das Team der Woche überhaupt nicht, was Traden angeht. Und auch so finde ich es jetzt nicht so pralle, aber vor allem was Traden angeht, gar nicht so mein Ding. Für das, was ich mache, ich hatte leider nicht allzu viel Zeit, das nicht vorzubereiten, sondern mich selber damit zu befassen. Natürlich habe ich das, was ich an Tipps jetzt gebe, ist auch nur das, was ich selber umsetze. Wenn andere hier noch andere Spieler traden, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Aber ich erzähle halt immer nur das, was ich selber mache, weil auch nur das kann ich verantworten, in Anführungszeichen. Und wir fangen hier direkt an mit dem Herrn Van Wolfswinkel. Den werden wir traden. Ja, hier, das ist unser Team, da brauchen wir jetzt gerade mal nix. Auktionssuche. Und das ist ein, erstmal ein Goldspieler. Und der spielt in den Niederlanden. Ich habe meine Tastatur wieder angeschlossen. Also ich kann jetzt mal wieder hier ein bisschen tippen. Es ist ein Stürmer und der spielt in der portugiesischen Liga. Und das reicht, glaube ich, schon. Dann gehen wir mal hier auf 10.000. Hier mal so auf 13.000. Und dann suchen wir mal. Mal gucken, ob wir da was finden. Ja, da finden wir natürlich was. Wie ihr seht, hier 11.250. Er ist einfach auf Abstoßniveau. Und da geht es auch drum, ihn auf Abstoßniveau einzukaufen. In guten Formationen. Also ich wiederhole es immer wieder, aber es ist wirklich wichtig, vor allem auch bei so Abstoßspielern, dass ihr die dann wirklich auch in guten Formationen kauft. Und jetzt nicht denkt, oh, der kostet hier 10.500, den nehme ich mal im 3-4-3 mit oder so. Ne, ne, lasst mal den Scheiß. Nehmt immer schön gute Formationen mit. Und dann macht ihr auch mit den Spielern Gewinn. Ich meine, in der hier portugiesischen Liga gibt es nicht so viel Info-Material. Martinez natürlich. Aber ich denke, er wird hier hin und wieder schon gespielt werden. Seine Karte ist jetzt wirklich nicht der Burner. Aber es gilt das alte Info-Prinzip, der wird einfach nicht in guten Formationen auf Abstoßniveau bleiben. Und aus diesem Grund kann man sich davon ruhig ein paar einstecken. Abstoßniveau, weil immer mal wieder welche fragen, das ist der Preis, den ihr bekommen würdet, wenn ihr den Spieler abstoßt. Und dieser Preis variiert aber wiederum, wie hoch das Gesamtrating des Spielers ist. Also teilweise von 9.000 bis 9.800, sowas in die Richtung. Also ihr könnt die immer so bis 10.000 kaufen zum Abstoßpreis. Ich sag mal so, bei 4.1212 gibt es immer noch so eine kleine Lücke. Das heißt, da kann man dann ruhig nochmal ein bisschen was mehr drauflegen. Aber in den anderen guten Aufstellungen sollte es dann wahrscheinlich bis 10.000 bleiben. Ja, der Wolfswinkel, das ist halt ein Abstoß-Trade und sollte relativ sicher sein. Ansonsten wollte ich eigentlich gerne Pizarro traden. Allerdings hat sich das jetzt für mich erledigt. Der günstigste war vorhin auf 37.000. Er ist natürlich ein 84er Overall. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er des Öfteren mal gespielt werden wird. Aber der ist mir momentan so zu teuer. Weil einfach in FIFA der Pace so wichtig ist und er davon gerade nicht so viel hat. Er hat natürlich einen sehr geilen Schuss. Er hat auch einen guten Kopfball dazu, einen relativ soliden Pass. Und sein Dribbling ist auch okay. Aber, boah, ich weiß nicht. Also das Risiko gehe ich jetzt bei ihm eher mal nicht ein. Vor allem, es gibt auch, ich weiß gar nicht genau, was man Zuckic für ein Overall-Rating hat. Aber, ne, also Pizarro wollte ich erst traden, aber für seinen aktuellen Preis eher nicht. Dafür dann eher den Herrn Lima. Der ist nämlich wieder in der portugiesischen Liga. Und der ist ein Brasilianer. Brasilianer. Wo sind wir hier? Da sind wir Brasilien. Na, ja, da ist es jetzt. So, und da machen wir hier 28.000 oder sowas. War vorhin, glaube ich, was. Dann such mal, Junge. Na, komm. Ich habe auch den Lima schon richtig oft angerufen. Habe ich jetzt... Der ist doch portugiesische Liga. Ja, ist er. Okay, ach, da ist er ja auch genau daneben. Ja, natürlich ist er, portugiesische Liga. Ist anscheinend in den letzten 20 Minuten oder was es war, ein bisschen gestiegen. Ja, er liegt so bei 29.000. Allerdings, vorhin, wo ich geguckt hatte, da waren auch zwei Stück zum Beispiel für 27.500 und 28.000 drin. Und ich würde sagen, der Lima, der hat halt wirklich nicht konkurrenzmäßig viel anzubieten. Weil brasilianische Informstürmer gibt es eigentlich gar nichts ordentliches. Und er ist wirklich ordentlich. Er hat einen guten Pace. Er hat einen sehr guten Schuss. Ein solides Dribbling und auch noch einen ganz guten Kopfball. Und aus diesem Grund wird... ist das hier ein interessanter Spieler. Und ich werde ihn... Ja, ich werde auf jeden Fall heute nochmal abwarten. Ich werde ihn noch nicht kaufen. Ich werde seinen Preis nochmal bis morgen beobachten. Und dann denke ich aber mal, um die 25.000 vielleicht ein bisschen drunter. Es kommt halt darauf an, was jetzt hier bis morgen noch geschieht, beziehungsweise was heute Nacht geschieht. Da muss ich dann erstmal ein bisschen gucken. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass man ihn dann in sehr guten Formationen, beziehungsweise guten Formationen, bis 25.000 einkaufen kann. Allerdings, weil es halt bei so Spielern auch öfter mal passiert, dass er kurz vorm Ende des Team der Woche nochmal richtig droppt, will ich erstmal abwarten bis morgen, also bis Dienstag. Und dann gucke ich mir nochmal genau den Preis an. Aber ich denke, bis 25.000 kann man bei ihm hier nichts falsch machen. Weil er hat eigentlich ähnliche Werte, beziehungsweise er hat bessere Werte als ein Martinez. Und er hat halt diesen riesigen Vorteil, dass er einfach ein Brasilianer ist. Das ist der größte Vorteil. Also alle Teams, die ihn hatten, gegen die ich gespielt habe, waren alles Brasilien-Teams. Und ich muss sagen, so oft habe ich glaube ich noch nie einen Inform gesehen. In der ersten Woche, wo er draußen ist. Und deswegen denke ich mal, er könnte wirklich relativ beliebt werden. Und joa, 25.000 ist für einen sehr beliebten Stürmer dann natürlich ein Schnäppchen. Ich werde mir das angucken. Ich denke mal, das sollte klappen, gut gut klappen, bis 25.000 ihn zu kaufen dann. Sollte er so bleiben und man kriegt wirklich gar keinen unter 25.000, beziehungsweise für 25.000, dann muss ich ja mal gucken. Dann werde ich meinen Preis wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen. Weil ich denke, er ist auf jeden Fall ein richtig interessanter Kerl, der Herr Lima. Weil es halt einfach keine brasilianischen Inform-Stürmer gibt. Jedenfalls keine ordentlichen. Was gibt es sonst noch? Jervinho finde ich zu teuer. Das Problem ist auch, er hat noch eine Man-of-the-Match-Karte, die auf jeden Fall schlechter ist. Allerdings ist sie auch viel günstiger momentan. Und, ja, ich weiß nicht, Jervinho, er hat gute Stats, aber er hat jetzt auch nicht irgendwie die Hammer-Stats. Er kann natürlich rennen, aber sein Dribbling ist natürlich auch gut. Er hat allgemein solide Werte. Sein Schießen, Passen und Kopfball ist jetzt auch nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich meine, bei teureren Spielern muss man halt aufpassen. Da bringt es nichts, wenn er nur 10.000 steigt, weil da muss man halt immer die EA-Gebühr mit einberechnen. Und aus diesem Grund muss man sich da seine Gedanken machen und ich werde Jervinho nicht trainen. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich werde da eher dann noch auf ihn hier zurückgreifen. Capoue. Und der spielt, da gehen wir mal ganz kurz drauf. Das ist ein ZDM. ZDM ist ein Franzose. Frankreich. Dann gehen wir hier noch in die Ligue 1. Und dann gehen wir hier zu... Na? Toulouse. So, und dann gehen wir jetzt hier mal auf... 14.000 war es, glaube ich, rum. 14.000, ähm... Ja, Capoue. So, und dann gehen wir nochmal eins runter. 13.750. Ja, also ihr seht es, der ist so um die 13.000, ja, um die 13.000 rum. Und der Kerl ist in der Hinsicht interessant, weil er eigentlich wirklich keine schlechten Stats hat, ein All-Over-80er. Und es gibt zwar für das Mittelfeld, vor allem für das zentrale Mittelfeld in der französischen Liga einiges an Informs, allerdings denke ich nicht, das ist hier schon wieder so ein halber Abstoß-Trade, deswegen ist das eigentlich relativ sicher. Ich denke, man kann ihn ohne Probleme in sehr guten Formationen bis 11, ja, und sehr, sehr gute, zum Beispiel eine 4-1-2-1-Pro würde ich auch für 12 mitnehmen, weil ich denke, das ist so einer, der sich um die 15.000, 16.000, 17.000 einpendeln könnte und wenn du dann halt pro Spieler 3.000, 4.000 Gewinn machst, ist das auch okay. Ja, auch bei ihm ist es der Fall, weil ich denke, er ist hier irgendwie noch so ein bisschen am sinken und aus diesem Grund werde ich ihn auch noch bis morgen beobachten. Es kann nämlich auch gut sein, dass er auf kompletten Abstoßwert fällt, dann ist das natürlich mit den 11.000 zu vernachlässigen, dann gehen wir lieber noch ein 1.000er runter. Aber ich denke mal, da kann man hier auch mit ihm ganz gut Geld machen, weil ich denke, er geht gut weg, 80er overall und wie gesagt, seine Werte sind wirklich nicht schlecht, 71 Pace reicht für die Zentrale, 81er Verteidigung ist okay und 78er Pass ist ganz okay. Er ist jetzt natürlich nicht der Hammer, das sollte klar sein, aber mehr als Abstoßwert ist er definitiv und aus diesem Grund werde ich auch mit ihm handeln. Joa, also wartet lieber nochmal die Nacht ab vielleicht und guckt mal in der Nacht, wenn ihr die Möglichkeit habt. Entweder könnt ihr auf Abstoßniveau noch sinken, ansonsten so für 11k in guten Formers mitnehmen, dann kriegt man den auch ohne Probleme wieder los. Jetzt hier gerade keine Hammergute dabei, aber wie gesagt, ihr sollt natürlich auch bieten, also Sofortkauf wird meistens nichts, also das sollte klar sein. Joa, das wäre der Capoe gewesen und wen haben wir jetzt noch zu bieten? Den Herrn Cemaili und ich dachte eigentlich erst, er ist richtig schlecht, also seine Karte sieht wirklich scheiße aus, aber warum wir ihn trotzdem angucken, zeige ich euch gleich. Serie A und Napoli, so, machen wir mal so. ZM war er auch, oder? Aber müsste so sein, ja. So, da seht ihr es schon, er ist einfach auf kompletten Abstoßniveau jetzt schon. Seine Werte sind auch irgendwie nicht prickelnd. Ja, wie gesagt, 71 Pace geht zwar für die Zentrale, 72er Schuss, Mittelmaß, 78er Pass, 79er Dribbling, 72 Def, er kann zwar alles so ein bisschen, aber nichts Besonderes. Und das Ding ist aber, warum ich ihn trotzdem sehr interessant finde, ist einfach, weil er in der Serie A spielt und als Inform sehr billig ist hier. Also ich meine, er ist jetzt auch nicht eine Katastrophe. Er sieht zwar nicht Hammer aus, aber er ist auch keine Katastrophe. Dazu kommt noch die Serie A hinzu, seine Nationen müssen wir außer Acht lassen, weil Schweiz können wir jetzt nicht den Pluspunkt dazugeben. Aber jedenfalls, die Serie A ist halt interessant und deswegen einfach für Abstoßpreis in sehr guten Formers mit nach Hause nehmen, dann passt das definitiv. Nochmal weiter hier. Joa, man sieht das halt wirklich, es gibt schon massig hier, es sind zwar jetzt hier alles schlechte Formers, aber natürlich solltet ihr die dann in guten Formers ersteigern. 4-4-2-4-3-3, da gibt es auch eine ZM-Position. Natürlich 4-1-2-1-2 auch ersteigern, weil 4-1-2-1-2 hat zwar keine ZM-Position, allerdings gehen die trotzdem dann für sehr teures Geld weg, weil die Leute kaufen sich dann halt zum Beispiel eine ZM-ZDM-Karte, nur als Beispiel. Joa, aber hier bei ihm wirklich komplettes Abstoßniveau anpeilen, weil er ist ohne Probleme für kompletten Abstoßwert zu bekommen, das sieht man alleine, wenn so viele für 11, teilweise 10, 10,5K auf dem Markt sind, da ist das wirklich kein Problem und deswegen wartet ab, beobachtet den Markt und kauft gute Formationen. Das wäre er gewesen. Sonst gibt es natürlich noch einen Robben, solche Spieler, das lohnt sich kaum, ich habe das mal teilweise gemacht. Es kann sich lohnen, aber solche Tipps werde ich nicht im Let's Play geben, weil wenn dann einer alleine durch den kleinen Drop und die EA-Gebühr mal eine halbe Mille Verlust macht, will ich nicht daran schuld sein. Also solche Trades mache ich dann lieber für mich mal und mache sowas nicht öffentlich, weil ich meine, keine Ahnung, es gucken 3000 das Video und davon müssen es ja nur 5 nachmachen und bei 2 läuft es dann schief, weil sie vielleicht einen Fehler machen, die verlieren dann eine Mille, dann kann ich mir das Geheule anhören und da habe ich eher keinen Bock drauf. Deswegen so krass teure Spieler, die über 2 Millionen kosten, die lassen wir erstmal weg. Vertronken ist übertrieben teuer, also kann ich, natürlich ist er ein sehr guter Spieler, ich meine er hat auch eine sehr gute Karte, Tempo passt, passen passt, sogar das Schießen Dribbeln kann auch einigermaßen, Abwehr ist natürlich und Kopfball sehr gut, aber er ist einfach, ich finde ihn viel zu teuer, aber ich meine der letzte Vertongen, den hätte man geil traden können, weil der hatte einen ordentlichen Preis, allerdings war damals das Problem, dass an dem Wochenende der Vertongen wieder 2 Tore gemacht hatte und deswegen war ziemlich gefährlich, dass er einen Second in Form bekommen hat, äh hätte, hätte können, so rum und deswegen hatte ich ihn damals nur 2 Mal, hab dann aber auch 2 Mal 20.000 Gewinn gemacht oder so, aber ich hätte halt viel mehr gekauft gehabt damals, wenn es nicht mit diesem, wenn er keine 2 Tore gemacht hätte. Jetzt ihn, habe ich mir gedacht, könnte man vielleicht auch traden, aber kann man auch traden, aber ich werde ihn nicht traden, ich finde ihn zu teuer. Piszczek genau dasselbe, zu teuer und als letzte Variante gibt es dann nur noch den Alvarado, da können wir nochmal ganz kurz drauf gehen, Torwart, Costa Rica, Costa Rica und dann gehen wir hier in die Eredivise und da ist es ganz, ganz wichtig, erstmal ganz kurz aufrufen, hier ist er, das ist ganz, ganz wichtig, wirklich nur die allerbesten Formationen, wenn ihr, und vor allem auch nicht viele, kauft hiervon auf keinen Fall so richtig viele, da geht es wirklich nur um den allgemeinen Abstoß, äh, ja, dass es halt ein Abstoßspieler ist, das heißt am besten sogar nur 4-1-2-1-2, weil er kann weder mit seiner Nation noch unbedingt mit, äh, seiner Liga hier punkten und seine Werte sind jetzt auch nicht der allergrößte Hammer. Allgemein würde ich da wirklich vielleicht auf die 4-1-2-1er gehen und dann wirklich zum richtigen Abstoßpreis kaufen, mach da nicht so Faxen und kauf dir irgendwie 4-4-2-4-11.000 oder so, das wäre Schwachsinn, also, und da müsst ihr auch gucken, 78er, hm, ich weiß jetzt nicht genau, was der für einen Abstoßwert hat dann, so um die 9-4-9-5, müsst ihr auch mal gucken, ich meine bei Informs könnt ihr eh so gut wie keinen Verlust machen und hier von ihm würde ich mir wirklich nur ein paar zur Seite legen, 2-3 Stück vielleicht, je nachdem wie viel ihr bekommt, ich meine 4-1-2-1-2, da kann man eigentlich nie was falsch machen, aber er ist halt wirklich nur so ein kleiner Tipp. Ansonsten ist es hier schon rum mit dem Team der Woche, ich finde es relativ schade, aber ich finde hier nicht sonderlich viel toll tradbares, außer den Lima, den finde ich auch nicht relativ interessant und ihn vielleicht noch, aber ansonsten ist es, gefällt mir das überhaupt nicht, dieses Team der Woche, ich hoffe mal nächste Woche geht es ein bisschen besser weiter, ich muss sagen, ich habe halt den Vorteil, ich habe relativ viele Accounts und da habe ich dann, ja, Informaterial zum Verkaufen en masse, also, mich stört das nicht, wenn mal zwei Teams der Woche relativ scheiße sind, ich mache sozusagen trotzdem noch täglich sehr guten Trading-Gewinn, deswegen ist mir das relativ latte, aber wenn man natürlich nur ein Account hat und sozusagen immer aufs neue Team der Woche angewiesen ist, dann ist es ein bisschen blöder, aber ich denke mal nächste Woche wird es ein bisschen besser, hoffe ich jetzt einfach mal. Ansonsten kaufen wir hier zum Abschluss jetzt gerade nochmal ein Päckchen, habe ich mir jetzt einfach mal überlegt, weil wir jetzt nochmal Robben super in Form ziehen oder Second in Form, wie man es nennen mag. So, 7500 nehmen wir hier mit, mit Marquisio drauf von Juventus Turin. So, dann schauen wir mal und da haben wir, oh, Kaka, hier mein Liebling, ja, ist leider nichts mehr wert, aber eine 4-1-2-1-2-Karte hat sich doch gelohnt, das Päckchen, also raus haben wir es auf jeden Fall. So, ja, da haben wir 4-1-2-1-2, die geht direkt mal auf den Tauschstapel. Was haben wir sonst noch, hier Verträge auf den, nein, ich wollte eigentlich in den Verein machen, weil Verträge können wir sowieso gebrauchen, immer. Die anderen Spieler sehen jetzt nicht unbedingt interessant aus. Das noch mit in den Verein und dann haben wir hier noch ein, ja, das nehmen wir, ah, nein, das nehmen wir auch noch mit. Ansonsten, Kaka, ja, zum, gibt's nicht in dieser Aufstellung. Ja, mal gucken, was wir für den noch kriegen. Aber, ja, ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren, ist kein Minusgeschäft gewesen, also passt das. Den Rest baller ich jetzt hier noch weg, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, das wär's von mir gewesen. Scheiß Team der Woche, aber man kann trotzdem was rausholen, vor allem, wenn man sich ein bisschen vielleicht auf Lima konzentriert und sich da ein bisschen hinter klemmt. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.